Hallo zusammen und herzlich willkommen zu meinem neuen Video über vier verschiedene Arten Kusama zu staken. Und Kusama, das ist für mich jetzt nicht unbedingt ein Projekt, von dem ich glaube, dass der Token in den nächsten Wochen besonders stark im Preis steigen wird. Das ist also nicht der nächste Geheimtipp für 100x oder so, schon gar nicht jetzt im Bärenmarkt. Kusama ist auch für mich nicht unbedingt ein Projekt, das jetzt im nächsten Bull Market durch die Decke gehen wird. Kusama ist für mich wichtig, weil Kusama ist das Canary Network von Polkadot. Das ist eine Art Testplattform, auf der ausprobiert wird, was später auf Polkadot starten wird. Und deshalb ist Kusama für mich ein wichtiges Tool, denn ich bekomme hier quasi eine Preview auf das, was später bei Polkadot laufen wird. Ich kann mir Projekte anschauen, die noch nicht auf Polkadot gestartet sind und kann mir anschauen, funktionieren die Projekte? Wie ist das Team? Wie funktioniert das Konzept? Wird das angenommen? Und ähnliche Dinge. Und dann weiß ich, in was ich später bei Polkadot investieren kann. Aber weil der Token aktuell für mich nicht unbedingt das Potenzial hat, richtig durch die Decke zu gehen, im Preis ist es für mich extrem wichtig, den Token möglichst günstig einzukaufen und nicht irgendwo in der Nähe von irgendeinem Alltime-High in das Ganze reinzugehen, dann zuzuschauen, wie meine Investition sinkt. Sondern im Gegenteil, es wäre viel schöner, jetzt einzusteigen, wenn der Kurs vom Kusama-Token sehr weit unten ist. Günstig einkaufen, in Projekte investieren, später, wenn spannende Projekte kommen und gegebenenfalls sogar von so ein bisschen Upside-Potential, dass möglicherweise ja da ist. Ich meine, Kusama wird auch steigen, wenn der ganze Kryptomarkt steigt. Und Kusama wird fallen, wenn der Kryptomarkt fällt, sodass also im Grunde hier sogar Gewinn mit Namen möglich ist. Ist wichtig aber, möglichst günstig einzukaufen. Was meine ich mit möglichst günstig? Ich finde, aktuell ist der Kusama-Token sehr günstig, das schauen wir uns mal an. Wir haben hier also den Preis von Kusama, der liegt aktuell bei 60 Dollar ungefähr. Heute ist der 10. August 2022. Wir schauen mal, wie sich der Kusama-Token in den letzten Wochen entwickelt hat. Ist für mich eher so eine Seitwärtsbewegung. Es schwankt irgendwie zwischen 50 und 65 Dollar. Wobei es eigentlich in der Mittellinie irgendwo immer so bei 60 Dollar ist. Also sind wir im Moment so in dem Bereich, wo der Kusama-Token in letzter Zeit auch immer gewesen ist. Wir sind aktuell 90 Prozent vom All-Time-High entfernt. Moment. Das ist hier zu sehen. Wir haben hier also ein All-Time-High gehabt von 621 Dollar. Und wir sind gerade 90,4 Prozent runter vom All-Time-High bekommen. Also vom All-Time-High aus gesehen ein 90 Prozent Rabatt auf den Token. Natürlich kann das sein, dass der Kusama-Token trotzdem, dass er 90 Prozent gefallen ist, nochmal 90 Prozent fällt. Aber es ist doch sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das passiert. Eher sind so Rabatte möglich von nochmal 20, 30 Prozent. Dass also der Token nochmal 20, 30 Prozent runtergeht, ist schon möglich. Aber er wird sicherlich auch wieder hier an diese Marke von 60 Dollar irgendwann ranstoßen. Sodass das für mich jetzt ein guter Zeitpunkt ist, in Kusama einzusteigen. Und ich höre auf, Kusama zu kaufen, wenn der Token irgendwie so nur noch bei 85, 80 Prozent Rabatt vom All-Time-High ist. Das ist für mich dann so ein Bereich, an dem ich echt aufhöre, den Token zu kaufen. Ich kaufe jetzt auch nicht sofort alles auf einmal, sondern ich kaufe über die nächsten Wochen verteilt. Das habe ich in den letzten Wochen auch gemacht. Und bin dann immer wieder in irgendwelche Crowdloans eingestiegen, die auf Kusama gelaufen sind. Das ist für mich eigentlich die Idee hinter dieser ganzen Kusama-Investition. Und aktuell ist es tatsächlich so, dass hier auf Kusama noch gar keine oder nicht mehr irgendwelche spannenden Crowdloans laufen. Das sieht man hier also auf polkadotjs.org. Dort findet man quasi die laufenden Crowdloans. Hier unter also geht auf Network und dann auf Parachains. Und dann hier könnt ihr auf Crowdloan klicken. Und hier findet ihr also die Crowdloans, die gerade laufen. Und aktuell läuft hier nur ein einziger Crowdloan. Und dieser Crowdloan ist für mich im Moment jetzt nicht spannend als Investitionsmöglichkeit. Also hier werde ich nicht investieren. Und hier sind noch zwei mehr oder weniger verdeckte Crowdloans. Das sind in der Regel Parachains, die schon mal gelaufen sind, wie zum Beispiel Moonriver oder Karura oder ähnliche Dinge, die jetzt quasi ihre Parachain verlängern. Die Parachains sind ja alle vor einem Jahr quasi zum ersten Mal versteigert worden und werden jetzt verlängert. Die Projekte können also auch ohne Crowdloan hier quasi starten aus eigenen Mitteln. Und manchmal findet man hier so verdeckte Crowdloans, die also keinen Namen haben. Und natürlich investiere ich hier auch nicht, weil ich ja gar nicht weiß, was es ist. Vielleicht ist das hier eine Möglichkeit, so einen Joker zu ziehen oder so. Würde ich aber nicht empfehlen, weil es ist ja auch völlig unklar, wie man hier kompensiert wird, wenn man hier reingeht. Das ist also aktuell der Zustand. Ich habe also jetzt Kusama Tokens günstig gekauft, aber ich habe noch keine Crowdloans, in die ich wirklich investieren könnte. Das kommt alles erst später. Und jetzt ist natürlich die Frage, was mache ich mit meinen Kusama Tokens? Weil einfach nur rumliegen lassen. Das wäre echt schade drum. Vor allem, weil Kusama doch sehr, sehr großzügig ist, was das Staking angeht. Man kann Kusama sehr gut staken. Hier, das ist die Seite, auf der man also im Prinzip das Staking vornehmen kann. Das findet ihr unter Network Staking. Und worum es mir jetzt hier auf diese Seite geht, das sind diese 18,2 Prozent, die hier angezeigt werden. Das findet ihr unter Targets. Das ist so quasi, wir nennen es einfach mal so, den Leitzins für das Staking von Kusama. Denn es gibt viele Möglichkeiten, Kusama zu staken. Aber das hier ist quasi das, was man bekommt, wenn man direkt über die Kusama Plattform am Proof-of-Stake-Algorithmus teilnimmt. 18,2 Prozent, das ist für den Bärenmarkt eine sehr, sehr gute APY. Und das finde ich natürlich total toll an Kusama, dass ich also auf der einen Seite dieses Preview, diesen Preview-Charakter habe. Auf der anderen Seite, wenn aber nichts läuft, ich hier sehr attraktiv meine Kusama Tokens schon mal staken kann. Aber 18,2 Prozent, die sind in diesem Fall sehr hart verdient. Darauf gehe ich später auch ein, denn es ist nicht so ganz einfach, hier an dieser Stelle am Staking teilzunehmen. Und es gibt noch drei andere Varianten. Es gibt wahrscheinlich noch 100 andere Varianten. Aber ich kenne noch einige andere Varianten. Und ich möchte drei davon in diesem Video vorstellen, plus die eine, die hier zu sehen ist. Eine sehr einfache und vielleicht sogar die allereinfachste Variante, Kusama zu staken, besteht darin, das über eine Börse zu machen. Und ich habe jetzt hier Kraken ausgesucht, weil ich finde, dass das Staking hier sehr, sehr vorbildlich gelöst ist und sehr einfach. Es gibt andere Varianten, wie zum Beispiel bei Binance. Da ist das Ganze doch ein bisschen verwirrend. Man muss sich damit auseinandersetzen. Das finde ich dann aber nicht Sinn der Sache, weil für mich ist wirklich der Riesenvorteil, das über eine Börse zu machen, dass ich mit dem ganzen Drumherum der Technik und so nichts zu tun habe, nichts machen muss. So und bei Kusama ist es jetzt so, dass wir hier bei Kraken also 18 Prozent APY kriegen. Das ist ja nicht sehr weit entfernt von dem Leitzins, den ich gerade gesagt habe. Also wenn man Kusama selber staken würde und den ganzen, die ganze Arbeit hätte, hätte man wahrscheinlich 18,2 oder 18,4 Prozent. Und in diesem Fall hat man also hier 18 Prozent. Das heißt, Kraken behält ein bisschen was ein für die eigene Arbeit. So und wenn ich jetzt hier staken möchte, also ich gehe hier bei Kraken auf Earn. und wenn ich dann Kusama habe, dann kann ich die hier mit diesem Topf staken. Wenn ich keine habe, bekomme ich hier schon direkt den Hinweis, dass ich entweder Kraken, Quatsch, Kusamas einzahlen kann oder wenn ich die jetzt zum Beispiel in meinem Wallet habe oder dass ich mir auch welche kaufen kann. Also super einfach gelöst. In dem Moment, wo ich die dann hier stake, bekomme ich 18 Prozent APY aufs Jahr gerechnet. Klar, APY, das Y steht für Year, also für das Jahr. Nach einem Jahr, wenn ich 100 Kusama gestakt habe, bekomme ich eben, habe ich am Ende des Jahres 118 Kusama, wenn ich also tapfer ein Jahr lang hier drin bleibe und warte und sich dieser Zins hier nicht verändert. Und gleichzeitig ist das Schöne, ich kann jederzeit wieder raus. Ich habe also keine sogenannte Unstaking Period oder kein Cooldown oder wie auch immer man das nennt. Man kommt in der Regel sofort raus. Gehen wir das Ganze mal durch. Welche Vor- und Nachteile hat Kusamas Staking bei Kraken? Und zwar einmal, es ist super einfach, habe ich ja gerade gezeigt, Unstaking ist normalerweise sofort. Die APY ist ziemlich ordentlich mit 18 Prozent. Und auch wichtig, ich gehe über eine Börse. Wenn die Börse gehackt wird, ich habe wenigstens die Möglichkeit, dass die Börse mich ausbählt, dass sie mir also quasi meinen Schaden ersetzt, wenn ich durch die Börse meine Kusama-Tokens verlieren sollte. Es ist wahrscheinlich nicht garantiert. Man muss in den AGB nachschauen, wie das ganz gehandhabt ist. Aber es bedeutet ja auch einen riesen Imageverlust für Kraken, wenn jetzt Leute ihre Staking-Einlagen verlieren und so. Es ist möglich, dass es einen Bailout gibt. Der ist wahrscheinlich auch da, aber garantiert ist das Ganze nicht. So wichtigster Nachteil ist natürlich not your keys, not your coins. Ganz wichtig, wenn ihr eure Kusama-Tokens an eine Börse schickt, dann sind das nicht mehr eure Tokens. Das ist nicht mehr euer Kusama. Es ist das Kusama der Börse. Und ihr könnt, das verspricht die Börse euch, die jederzeit wieder zurück haben. Aber wenn irgendwas schief geht und das kann durchaus passieren durch Regulierung, AGB-Anpassung und ähnliche Dinge, dann bekommt man womöglich seine Kusama eben nicht mehr zurück. Börse könnte pleite gehen, ähnliche Dinge. Eben wie gesagt ein Hack. Und dann steht man halt doof da und muss den Tokens hinterherlaufen. Das ist mühselig. Kraken, ähnliche Börsen sitzen in der Regel im Ausland. Man kann relativ schlecht klagen und also vergesst es einfach. Das ist das Risiko. Lasst euch, also wenn jemand das machen möchte, er muss sich wirklich auf dieses Risiko einlassen. Er muss sich des Risikos bewusst sein. So, dann woher kommt eigentlich die APY bei Kraken und was beeinflusst die APY? Auch mal ganz wichtig, also Kusama-Staking als Validator und Nominator. Das ist etwas, was Kraken für uns übernimmt. Also Kraken beschäftigt, wahrscheinlich ist das auch ein Subunternehmer oder ähnliches, jemand anders damit, Kusama zu staken und wird dann also quasi den dafür bezahlen und uns dann die Rewards ausschütten, selber auch ein bisschen was damit verdienen. Ja, man hat also 19% APY als Einnahme, habe ich jetzt mal so angesetzt. Leitzense war jetzt bei 18,2, aber der geht auch schon mal hoch auf 19, irgendwas. Minus Gebühr von Kraken. So, was beeinflusst die APY? Natürlich die Kusama-Governance. Das ist quasi so eine Art Voting-Mechanismus, der hinter Kusama steckt, der sagt, wie viel APY man jetzt ausschütten möchte, also wie hoch letztendlich irgendwo die Kusama-Inflation ist, denn die Kusamas, die werden ja aus dem Nichts erschaffen und die Governance legt also fest diesen Leitzens, kann man mal so sagen. Ist so ein bisschen wie die FED, aber eben mit Kusama-Tokens so. Dann natürlich das Geschäftsmodell von Kraken. Klar, wenn die sich überlegen, sie brauchen mehr Geld, sie wollen mehr Rabatte geben und ähnliches, das wird die APY in irgendeiner Form beeinflussen, ähnlich wie natürlich Regulierungseinflüsse. Am anderen Ende der Skala, was die Einfachheit angeht, da befindet sich meiner Meinung nach das selber Staken von Kusama direkt am Proof-of-Stake-Algorithmus teilnehmen und am allerkompliziertesten ist das natürlich, wenn man wirklich auch die Infrastruktur dafür mitbringen möchte, also einen eigenen Server betreibt, seine eigenen Kusama-Tokens auf dem Server Stake, den ans Kusama-Netz anschließt und dann laufen lässt. Denn das Ganze setzt voraus, dass man also 24 mal 7 mit dem Server online ist. Das ist schon mal super schwierig aufzusetzen, denn jede Downtime, die man hat, kostet letztendlich Kusama-Tokens. Man wird quasi abgestraft dafür, dass man nicht online war. Eine zweite Sache, die natürlich auch sehr, sehr kompliziert ist, das ist die Sicherheit. Man hat seine Kusama-Tokens auf dem Server liegen. Wenn der Server gehackt wird, also man stellt sich einfach mal vor, man hat seinen Server bei Amazon laufen, irgend so ein Amazon-Mitarbeiter kommt auf die Idee, mal zu schauen, welche Kusama- oder ähnliche Staking-Server bei denen laufen und räumt die alle ab, weil die haben ja den vollen Zugriff auf den Server. Sowas alles so aufzusetzen, dass das wirklich richtig gut funktioniert, das ist extrem schwierig. Und wenn man das machen möchte, dann nimmt man in diesem Netzwerk die Rolle eines Validators ein. Und der Validator ist also jemand, der wirklich direkt am Proof-of-Stake-Algorithmus teilnimmt und die ganze Technik macht. Das ist etwas, was ich definitiv so nicht mache, weil ich keine Lust habe auf die ganze Arbeit und so. Das wäre quasi ein Full-Time-Job, würde ich sagen. Es ist wirklich etwas, was sehr, sehr viel Arbeit macht und das lohnt sich leider nicht. Aber zumindest für mich. Aber es gibt noch eine zweite Rolle, die man einnehmen kann und das ist die Rolle des sogenannten Nominators. Und das ist etwas, was jeder von seinem Rechner aus relativ bequem machen kann. Man muss keine Technik betreiben, sondern man gibt einem Validator, also jemandem, der die Technik macht, seine Kusama-Tokens und der kann die dann also quasi in dieses Staking mit aufnehmen. Dafür beteiligt er einen an den Einnahmen. Und bei Kusama, genau wie bei Polkadot, ist dieser ganze Vorgang formalisiert. Und was meine ich immer, wenn ich formalisiert sage, damit meine ich, dass es nicht so ist, dass ich jetzt quasi von dem die Wallet-Adresse kriege, dem da hin, die Kusama schicke und er kann dann entscheiden, ob er damit in die Karibik fährt und Cocktails unter einer Palme schlürft oder ob er irgendwie das wirklich in Staking reintut. Es ist formalisiert in dem Sinne, dass es ein Modul auf Kusama gibt, in das man einzahlt und derjenige, der Validator hat, also keinen Zugriff, direkten Zugriff auf meine Tokens. Er kann damit nur eine einzige Sache machen und das ist am Proof-of-Stake-Algorithmus teilnehmen. Es ist also, wenn man als Nominator hier teilnimmt, durchaus meiner Meinung nach die aller, aller, aller sicherste Variante, Kusama zu staken. Aber leider ist das auch ein bisschen kompliziert. Denn es gibt ein paar Dinge, die man hier beachten muss. In allererster Linie muss man den richtigen Validator aussuchen. Also wenn ich ein Nominator bin, muss ich mir jemanden aussuchen, der vernünftig mit meinen Kusama-Tokens umgeht im Sinne des Stakings. Wenn ich zum Beispiel einem Validator meine Kusama-Tokens gebe, der es nicht schafft, 24x7 online zu sein, dann werden auch meine Kusama-Tokens in das sogenannte Slashing mit aufgenommen. Das bedeutet, der Validator bekommt eine Strafgebühr, die er zahlen muss und diese Strafgebühr wird mit umgelegt. Auch die Nominators, wenn ich also den falschen Validator aussuche, dann verliere ich unter Umständen sogar Kusama-Tokens. Und es gibt noch ein paar andere Dinge, wie zum Beispiel, dass manche Validators oversubscribed sind. Oversubscribed heißt, dass einfach zu viele Kusama-Tokens an diesen Validator übergeben wurden. Und dann reduziert sich quasi der Staking-Reward, den ich habe. Und dann muss ich einen finden, einen Validator bestimmen, der tatsächlich auch Blöcke produziert, der also auch tatsächlich APY generiert und ähnliche Dinge. Es ist also wirklich kompliziert. Man muss jede Woche mindestens einmal überlegen, ist das noch der richtige Validator? Man kann zum Glück mehr als einen Validator nominieren. Man kann sagen, ich nehme elf, ich suche mir elf Validators aus. Aber überleg mal, was das eine Arbeit ist, wenn man jede Woche elf Validators aus dieser Liste von Validators hier auswählen muss anhand dieser Zahlen. Also das ist etwas, was durchaus, finde ich, prädestiniert dafür ist, irgendwann mal automatisiert zu werden. Und ich habe bei der letzten, ich meine, es wäre Konsensuskonferenz oder so, einen Vortrag von jemandem gesehen, der einen KI-Algorithmus entwickelt hat, der also quasi Validators nach den bekannten Kriterien aussucht. Das Ganze ist aber meines Wissens noch kein richtiges Projekt. Ich habe das aber in irgendeinem Alert drin und so. Wenn sowas, wenn das rauskommt, werde ich davon sicher erfahren. Also das ist die zweite Variante. 18,2 Prozent ist also durchaus nicht mal wirklich wesentlich attraktiver, als das Ganze bei Kraken zu machen. Dafür ist es aber wesentlich sicherer, denn es ist extrem unwahrscheinlich, dass hier irgendetwas passiert, wenn man das Ganze richtig macht. Denn wenn, dann ist Kusama kaputt und dann wird irgendwie das Kusama Council auch reagieren und irgendwie die Blockchain neu starten oder ähnliches. Also Kusama selber staken als Nominator. Urteile sind direkte Teilnahme am Proof-of-Stake. Das ist eine Sache, das ist eigentlich gar nicht zu bezahlen. Man hat das Ganze, die ganzen Kenntnisse, man kennt sich dann wirklich irgendwann aus mit dem Proof-of-Stake-Algorithmus, mit Kusama. Das Ganze ist alles eins zu eins übertragbar auf Polkadot. Das bringt einen also richtig weit nach vorne, wenn man die Zeit hat und die Lust hat. Ich kann wirklich jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren und sei es auch nur mit einem kleinen Betrag. Denn was man dabei lernt an Fachbegriffen, an Funktionsweisen über Proof-of-Stake und Ähnliches, ist wirklich unbezahlbar. Es bringt einen nach vorne. Da spielt die APY eigentlich überhaupt keine Rolle. Zusätzlich kann man auch irgendwie ein bisschen am Voting teilnehmen. Dann ist es wirklich sehr sicher, wenn man es richtig implementiert. Auch das ist etwas, was man lernen muss und was meiner Meinung nach einen auch nach vorne bringt, wenn man die Zeit und die Lust hat, sich tiefergehend mit Polkadot und Kusama zu beschäftigen. Es gibt eine ordentliche APY, immerhin 18 bis 19 Prozent. Und der Nachteil ist, einmal wöchentlich Validator auswählen. Irgendwann, ganz ehrlich, es nervt. Ich habe es eine Zeit gemacht. Dauernd sind die Validators, die man ausgewählt hat, nicht mehr relevant. Und dann muss man irgendwie einen neuen aussuchen. Und echt einmal die Woche. Mir hat das nach vier Wochen schon überhaupt keinen Spaß mehr gemacht. Und ich habe es dann bleiben lassen. Es ist natürlich etwas komplizierter einzurichten, aber machbar, habe ich ja gerade erklärt. Und das Unstaking ist auch ein Nachteil. Sieben Tage. Es braucht sieben Tage, bis man die Tokens, die man da gestaked hat, wieder rausbekommt. Sieben Tage, das ist übrigens noch relativ milde. Bei Polkadot sind es 28 Tage. Und das, finde ich, ist schon ein ganz erheblicher Nachteil am Polkadot-Staking für einen Normalanwender. Also wenn man den Enthusiasmus mitbringt, ist es natürlich trotzdem alles irgendwie eine feine Sache. Eine dritte Möglichkeit, Kusama zu staken, das ist über eine Parachain auf der Kusama-Blockchain. Als Beispiel habe ich hier jetzt mal Karura ausgewählt. Es gibt aber auch noch andere Parachains, die das anbieten. Macht euch einfach mal selber schlau. Und Karura bietet eine Variante an, eine Staking-Variante, das sogenannte Liquid Staking. Liquid Staking ist ein Fachbegriff, ist aber relativ schnell erklärt. Wenn ich meine Tokens stake, dann gebe ich die ja in ein Staking-Protokoll. Ich kann sie also nicht mehr verwenden. Sie sind erst mal festgelegt. Ich hatte ja gerade auch erklärt, sieben Tage an Staking-Period. Das ist also sieben Tage brauche ich, um da rauszukommen. Wenn ich irgendwo eine tolle Gelegenheit, Investitionsgelegenheit sehe und ich möchte die jetzt sofort nehmen, dann habe ich nicht die Möglichkeit, weil ich muss meine Tokens erst unstaken. Beim Liquid Staking ist es so, ich bekomme einen Gegentoken. Also das heißt, ich gebe meine KSM dahin und bekomme einen anderen Token. Diesen Token, den kann ich wiederum irgendwo einsetzen. Ich kann ihn zum Beispiel verkaufen und umwechseln wieder in Kusama, sodass ich also flüssig bleibe. Daher das Wort Liquid Staking und kann dann also quasi jederzeit auf den Wert, den ich gestaked habe, in irgendeiner Form zugreifen, indem ich diese Liquid Staking Tokens, die ich als quasi Quittung zurückbekommen habe, dann versilber oder irgendwo einsetze. Und das Liquid Staking über Karura, das zeige ich jetzt nur ganz grob. Und zwar findet ihr das hier unter akala.networkkarura. Akala ist das Polkadot-Projekt. Akala ist also quasi die Variante von Karura, die tatsächlich auf Polkadot läuft. Karura läuft auf Kusama. Technisch identisch. Das eine läuft auf Kusama, das andere auf Akala. Das eine läuft auf Kusama, das andere auf Polkadot. Und Karura ist immer einen Schritt weiter als Akala, weil es ja eben die Canary-Version ist, die Test-Version. Und dadurch hat man also, wenn man auf Karura arbeitet, schon mal ein Preview auf das, was später bei Akala läuft. Und hier unter Karura findet ihr jetzt unter Use Apps. Kommt ihr also quasi in die Karura-Apps rein. Und hier bei Karura ist das Erste, was ich machen muss, erstmal meine Kusama-Tokens hier rüberschieben. Die sind jetzt auf der Relay-Chain von Kusama. Und wie erinnert euch dran, ich habe ein Video gemacht, mein letztes Video. Da ist genau erklärt, was ist die Relay-Chain Kusama, was sind Parachains und Ähnliches. Schaut euch das einfach an. Und hier also bei, ich muss also erstmal meine Kusama-Tokens auf die Karura-Blockchain bringen. Und dafür gibt es hier eine Bridge. Diese Bridge schickt also zum Beispiel von Kusama nach Karura meine Tokens. Und übrigens später, wenn ich das Ganze rückgängig machen möchte, dann kann ich hier auf den File klicken. Und dann kriege ich meine Kusama-Tokens auch wieder zurück auf Kusama von Karura. Aber jetzt in diesem Moment müsste ich also meine Kusama-Tokens hier rüberschicken über die Bridge. Hier unten kann ich dann den Amount eingeben, also die Zahl eingeben. 0,98 Kusama habe ich jetzt da rumliegen. Und ich führe das Ganze jetzt hier nicht vor. Es ist jetzt mehr so ein Überblick-Video. Kein echtes Hands-on-Tutorial. Also hier kann ich meine Kusama-Tokens übertragen. Dann habe ich meine KSM auf Karura. Dann gehe ich hier auf Liquid Staking und kann hier dann meine Kusama-Tokens staken. und ich bekomme immerhin 21,61%. Aber weil Karura jetzt ein Interesse daran hat, dass ich die LKSM, das ist der Gegentoken, den ich bekomme, also ich gebe meine KSM da rein und bekomme dafür LKSM zurück. Und damit ich die jetzt nicht sofort auf den Markt dumpe und die Preise von KSM und LKSM in irgendeiner wilden Form voneinander abweichen, gibt es hier ein Incentive, diese LKSM wiederum zu staken. Das heißt also, wenn ich kein Interesse daran habe, mit LKSM weiterzuarbeiten, kann ich die einfach staken und bekäme hier nochmal 4,97% an Rewards und wäre dann bei insgesamt 26,58%, die ich bekäme auf meine KSM insgesamt. Und das Ganze findet sich dann, wenn ich das also mache, ich kann hier also Stake LKSM for Rewards anklicken, wenn ich das gemacht habe und dann bin ich automatisch im Staking drin und dann bekomme ich hier 21,61% plus die 4,97% ergibt zurzeit 26,58%. Und ich kann hier dann bei Earn unter Collateral Staking quasi meine LKSM wieder unstaken und auch meine Rewards claimen. Das ist also die Variante, wie ich hier bei Karura mitmachen kann und wie ich hier also meine LPY nochmal boosten kann. Gibt aber auch ein paar Nachteile, darüber spreche ich gleich. Ganz entscheidend ist, das Unstaking dauert normalerweise, also hier das Unstaking geht sofort. Also wenn ich hier quasi für die extra 4,97% gestakt habe, dann kann ich hier sofort unstaken. Dann habe ich meine LKSM zurück. Die muss ich dann über das Liquid Staking hier über Unstake nochmal zurückholen. Und hier gibt es jetzt die Möglichkeit, sofort zu unstaken, unstake instantly. Und das kostet mich eine gewisse Gebühr. oder ich lasse das Ganze und dann muss ich die 7-Tage-Unstaking-Period abwarten und bekomme von meinen LKSM, meine KSM erst nach 7 Tagen zurück. Und dann muss ich später die auch noch claimen. Das ist etwas, wo ich neulich echt Schwierigkeiten mit hatte, denn das Ganze ist irgendwo hier unter Claim versteckt und jetzt finde ich es schon nicht mehr. Naja, also es ist irgendwo versteckt und man muss es suchen. Es gibt aber die Möglichkeit, das Ganze zu unstaken. Übrigens, schreibt doch mal in die Kommentare, wenn ihr wisst, wo das Ganze zu finden ist. Es funktioniert, ich habe es geschafft. Ich weiß nur im Moment nicht mehr auswendig, wo man quasi seine unstaken Kusama wieder zurückholen kann. Der nächste Schritt wäre dann natürlich noch über die Bridge, die Kusama wieder zurückzuholen auf die Kusama Relay Chain und dann ist man mit dem Ganzen fertig. Und jetzt Vor- und Nachteile von dem Ganzen nochmal zusammengefasst. Liquid Staking via Karura hat folgende Vorteile. Also es ist erstmal eine interne Lösung innerhalb des Dot-Sama-Ökosystems, innerhalb von Kusama, innerhalb dieses ganzen Polkadot-Konglomerats quasi und alles, was man hier macht, ist also Know-how, dass man aufbaut, wenn es um Polkadot geht und es ist nicht verwässert durch irgendwelche anderen Dinge, wie zum Beispiel bei einer Börse zu staken und gar nichts zu lernen oder man macht das Ganze über irgendwelche Varianten, die mit Metamask und Ethereum zu tun haben. Also Polkadot, interne Angelegenheit. Es gibt circa, ich habe es jetzt mal 30% APY genannt und zwar durch Staking-Incentives in Form von Karura und AUSD-Tokens. Denn die 4,97%, die man extra bekommt, die bekommt man nicht in Form von Kusama, sondern die bekommt man in Form von Karura-Tokens und AUSD. Das Unstaking ist einerseits ja jederzeit möglich und andererseits auch wieder nicht, hatte ich ja gerade erklärt, aber theoretisch kommt man jederzeit an seine Werte wieder ran mit einem kleinen Abschlag. So, Nachteil, möglicherweise wird es noch lange Zeit dauern, bis das hier von irgendwelchen Steuertools ausgewertet werden kann, weil die Steuertools, die ich kenne, Accointing, Coin-Tracking, ähnliche Dinge, die können bisher nur sehr rudimentär überhaupt Polkadot oder Kusama einlesen. Von Karura oder ähnlichen Blockchains ist, glaube ich, habe ich zumindest nicht gehört, bisher großartig die Rede. Das heißt, entweder Handarbeit oder man mal findet irgendeine andere coole Lösung, dass man einfach Pi mal Daumen sagt, so, ich habe insgesamt da so und so viel verdient, Strich drunter, werte ich später aus und melde ich dem Finanzamt später nach oder irgendwas in der Art. Keine Ahnung, wie man das machen soll. Es ist jedenfalls fast unmöglich, das Ganze vernünftig präzise auszuwerten. Dann das sofortige Unstaking geht nur mit einer circa 5%igen Einbuße. Das hängt einfach von der Marktsituation ab. LKSM, Swappen in KSM, das geht, aber wie die Marktbedingungen sind, das kann sehr unterschiedlich sein. 5% ist aktuell, glaube ich, so ungefähr der Malus, den man hat, kann aber durchaus auch 10% schon mal sein, sodass man also als Alternative zu den 7-Tage-Frist-Unstaking-Period quasi einen Malus von 5-10% in Kauf nehmen muss. Ja, ansonsten hat man eben diese 7-Tage-Unstaking-Period. So, woher kommt jetzt die APY? Auch mal ganz wichtig, sich das klarzumachen. Zum einen natürlich der Staking-Erfolg von Karura, weil Karura macht das Staking für einen, macht das also als Nominator in irgendeiner Form, vielleicht sogar als Validator und wenn Karura Mist baut beim Staken, dann wird sich die APY eben nach unten verändern und gleichzeitig bekommt man ja Staking-Incentives von Karura in Form von Karura-Token, so ein AUSD. Das heißt, es ist ganz klar, Kusama allgemein die Governance beeinflusst die APY, also wenn der Leitzins, Kusama Leitzins bei 18,2% liegt, dann wird sich das Kusama, Karura, das Staking über Karura nicht wesentlich entfernen von diesen 18%. Also es geht garantiert nicht auf 40% hoch. Wir sind jetzt bei 21% wahrscheinlich, weil irgendwelche Rücklagen da sind und Ähnliches, die jetzt ausgeschüttet werden. Zweite Sache, der Staking-Pool, in den man rein investiert, also wenn man jetzt quasi das Collateral Staking macht, wie eben gezeigt, die Bedingungen, die in dem Pool herrschen, sind bestimmend für die APY, also wenn der Pool sehr voll ist, wenn sehr viele das machen, dann wird die Gesamtausschüttung an Rewards geringer, weil sich das ja auf mehr verschiedene Staking-Teilnehmer verteilt. Und umgekehrt natürlich, wenn es wenige Leute machen wird, werden die Rewards eben hochgehen. Also die Menge der LKSM in dem Pool und gleichzeitig natürlich auch der Preis von Karura und von AUSD. AUSD ist ein Stablecoin, das kann man ein bisschen vernachlässigen. Klar, wenn der D-Pack, dann gehen auch die Rewards runter. Aber wesentlich natürlich Karura, der Preis beeinflusst die APY. Wenn der Karura-Preis runtergeht, wird die APY auch runtergehen. Natürlich muss man das Ganze fairerweise in KSM rechnen, wenn man es vergleichen will, denn bei den anderen beiden Varianten ist ja Kusama quasi der Reward, der ausgezahlt wird. Deshalb müsste man also Karura und AUSD die 5% erstmal umwandeln in KSM und hätte dann entsprechend ein korrektes Bild, was die APY angeht. Und die vierte Variante, Kusama, so Staken, die ich in diesem Video vorstellen möchte, das ist Lido Finance oder Lido Finance. Lido Finance ist eigentlich für das Staking von Ethereum bekannt und die Technologie, die Staking-Technologie, die wurde jetzt nach und nach auch ausgerollt auf andere Assets, unter anderem, schauen wir mal nach, haben wir hier die Möglichkeit, Solana, Polygon zu staken, Polkadot zu staken, Kusama zu staken und sogar, naja, Terra Classic konnte man oder kann man vielleicht sogar noch staken, reden wir mal besser nicht drüber. Man bekommt hier tatsächlich auch eine gar nicht mal so verkehrte APY beim Kusama Staking von 18,1%. Das Staking über Lido Finance ist sehr, sehr einfach. Es läuft allerdings auch über Metamask und das ist ein bisschen überraschend, denn wir sind ja hier im Polkadot-Ökosystem, was wollen wir jetzt hier mit Metamask? Und das zeige ich jetzt mal und zwar gehe ich hier auf den Knopf Stake Now und dann werde ich hier schon aufgefordert, Metamask erstmal freizuschalten. Das Ganze hat also tatsächlich etwas mit Ethereum, mit einer Ethereum-kompatiblen Blockchain zu tun und man kann hier als allererstes mal über Transfers, hier oben, seine Kusama Tokens rüberschicken zu Lido Finance. Das heißt also, ich arbeite durchaus mit dem Polkadot.js Wallet, mit den Kusama Tokens, die ich darin habe. Ich kann die hier also übertragen und dann bekomme ich, wenn ich das Ganze mache, hier XC KSM Tokens. Und was sind XC KSM Tokens? Ja, XC KSM Tokens, das ist quasi die Cross-Konsensus oder Cross-Chain-XC-Variante von Kusama, die auf Moonriver läuft. Moonriver ist eine Ethereum-kompatible Blockchain, die auf Kusama läuft. Und da muss ich das Ganze hinschicken, weil die Staking-Technologie von Lido eben auf Ethereum basiert, hat man hier die Gelegenheit beim Shop ergriffen. Man hat mit Moonriver eine Ethereum-kompatible Blockchain, kann also im Grunde mehr oder weniger eins zu eins diese ganzen Staking-Prinzipien von Ethereum hier auf Kusama übertragen, indem man auf Moonriver arbeitet. Dafür müssen wir aber unsere Kusama Tokens erstmal auf Moonriver übertragen und das kann man hier machen. Das heißt, man kann seine Kusama Tokens von Kusama, von der Relay-Chain, rüberschicken zu Moonriver und dann bekommt man eben auf Moonriver dafür XC KSM. Das Kursverhältnis davon ist immer eins zu eins. Also wenn ich meine Kusama Tokens rüberschicke, dann kann ich jederzeit von den XC KSM, wenn ich also einen Kusama rüberschicke, kann ich diesen einen XC KSM, den ich dann bekomme, wieder zurück umtauschen in Kusama. Und ich glaube, es fällt eine ganz kleine Gebühr irgendwie dabei an. So und also hier steht Exchange Rate eins Kusama gleich eins XC KSM. Man kann also mit diesem Transfer hin und zurück zwischen Kusama und Moonriver. Wenn ich dann meine Assets auf Moonriver habe, dann kann ich hier über den Staking-Knopf das Ganze staken und ich bekomme dann sogenannte ST KSM und das ist also auch ein Liquid Staking-Protokoll, das genau so funktioniert, wie ich eben bei Karora erklärt habe. Ich bekomme also für meine XC KSM, die ja in Wirklichkeit KSM sind, ST KSM und diese ST KSM, die sind quasi die gestakte Variante. Die habe ich auch in meinem Wallet, die ST KSM und damit kann ich einige Dinge tun und damit kann ich sogar ein paar sehr interessante Sachen machen und darüber spreche ich gleich. Für das Ganze bekomme ich dann eine APY von 18,1%. Ich kann regelmäßig meine Rewards claimen und wenn ich darauf keine Lust habe, regelmäßig meine Rewards zu claimen, dann kann ich meine ST KSM auch wrappen in sogenannte WST KSM. Also es ist echt ein bisschen kompliziert. Ich weiß, das ist sehr viel Zeug, aber es ist irgendwo in sich total logisch, denn in den WST KSM sind alle angelaufenen Staking-Rewards enthalten. Das heißt, der WST KSM, der wird im Vergleich zum KSM immer wertvoller im Laufe der Zeit. Heißt, wenn ich also jetzt meine ST KSM wrappe in die WST KSM und dann später, sagen wir mal, nach einem halben Jahr unwrappe, dann bekomme ich mehr ST KSM raus, als ich vorher reingesteckt habe und zwar um die Staking APY erhöht. Das ist also ein Prinzip und dadurch muss ich nicht regelmäßig claimen. Ich kann das Ganze also auf diese Art hier sich selbst überlassen. Wenn ich jetzt meine Tokens wiederhaben möchte, dann kann ich das hier über Unstake machen. Ich kann also hier im Prinzip, wenn ich hier ST KSM habe, kann ich mir mein XT KSM wiederholen, dann hier über Transfers sogar wieder zurück umwandeln in KSM. Aber ich habe hier eine Unbonding-Period und die beträgt natürlich auch sieben Tage. Das ist ja einfach im Kusama-Staking mit enthalten. Im Kusama-Protokoll, dass diese Unstaking-Period sieben Tage beträgt und Lido Finance kann jetzt auch nicht zaubern und diese Unstaking-Period wegmachen. Deshalb muss man hier sieben Tage warten. So und es gibt aber noch eine andere Variante, über die ich um diese Unbonding-Period herumkomme. Und zwar gibt es einen Pool, in dem ich quasi ST KSM in XT KSM sofort swappen kann. Das findet ihr hier auf Solar Beam. Und zwar Solar Beam, das ist ein Exchange auf Moonriver. Wenn wir also Moonriver eingerichtet haben über Lido Finance oder Ähnliches, dann können wir hier auch direkt mitmachen. Und wenn ich also jetzt meine ST KSM habe, dann kann ich zum Beispiel hier ST KSM umwandeln in XT KSM oder ich kann auch die gewrappte Variante WST KSM umwandeln in XT KSM und alle möglichen Varianten hier sind vorhanden. Ich kann also in alles Mögliche hier umwandeln. Und weil Lido Finance ein besonderes Interesse daran hat, dass das hier wirklich funktioniert, weil wir dadurch nämlich, also weil dadurch Lido Finance sagen kann, also es gibt zwar eine Unbonding-Period, aber du kannst jederzeit deine gestakten Kusama umwandeln in XT KSM. Weil das für die also besonders wichtig ist, gibt es hier eine Farm, die von Lido Finance quasi gefördert wird. Und diese Farm, die findet man hier irgendwo unter WST KSM und XT KSM. Also man kann WST KSM und XT KSM hier staken und bekommt dann dafür eben 48,49 Prozent. Und das ist für mich jetzt der Rekord, was das Staking angeht, was die Staking APY angeht. Denn ich habe ja auf der anderen Seite einen Teil hier schon über Lido gestakt. Also das heißt WST KSM habe ich ja, wenn ich hier eine Einlage mache, schon gestakt über Lido. Bekomme da meine ungefähr 19 Prozent APY drauf oder 18 Prozent sind zurzeit. Und gleichzeitig bekomme ich dann auf die Einlage, die ich hier mache, nochmal die 48,49. Wobei das Ganze nicht ganz so einfach zu rechnen ist, denn die Poolzusammensetzung, die schwankt, wenn ich hier drin bin, bekomme ich also nicht immer die gleiche Zahl an WST KSM raus, die ich reingesteckt habe. Und so wird das Ganze also in irgendeiner Form nicht richtig mathematisch aufgehen. Aber es ist schon so, dass also zusätzlich zu den 48,49 Prozent, die ich hier bekomme, irgendein Plus entsteht durch die WST KSM, die ich hier stake. Also das ist im Grunde hier eine APY, die ist irgendwie kaum zu schlagen. Und diese APY setzt sich zusammen aus Lido Tokens, das ist hier dieser kleine Tropfen mit diesem Ethereum-Hütchen obendrauf, auf Solar Tokens. Das sind die von Solar Beam, die eigenen Tokens und Moonriver Tokens. Hier ist die Ausschüttung pro Tag, also 1293 Solar pro Tag. 2,33 würde ich sagen Lido ist das pro Tag oder 2,333 Lido pro Tag. Immer ein bisschen schwierig hier zu erkennen und 90,41 Mover Tokens. Ich glaube, es sind 2,333 pro Tag. Und das sind die drei Tokens, die ich hier bekomme, wenn ich hier stake. Und das macht die Sache natürlich sehr, sehr attraktiv. Zusätzlich bekomme ich eben hier noch durch das Staking bei Lido irgendeine Zahl an Kusama Tokens obendrauf. Eine Sache, gehen wir mal die Vor- und Nachteile durch, die das Ganze hat. Also es ist eine EVM-kompatible Lösung, also eine Ethereum-kompatible Lösung. EVM steht für Ethereum Virtual Machine und das ist quasi also das Zeug, was bei Ethereum unter der Motorhaube ist. Und man arbeitet hier also größtenteils oder die allermeiste Zeit mit MetaMask, was ja eben auch ein Vorteil ist, weil man muss sich nicht so sehr mit dem ganzen Polkadot-Kusama-Zeug auseinandersetzen. Es gibt eine 30 bis 40 Prozent APY durch Staking Incentives in Lido Tokens plus die Mover und die Solar. Ich habe 30 bis 40 Prozent jetzt hier geschrieben, um die Erwartungen nicht allzu hoch zu setzen. In meinem letzten Video war das Ganze noch auf 70 Prozent. APY ist aber jetzt runtergegangen. Das liegt auch unter anderem daran, dass jetzt von ein paar Kusama Crowdloans, die zurückgezahlt wurden in den letzten Tagen, einfach sehr viel hier reingeflossen ist. Und wenn neue Crowdloans kommen, fließen die Kusama wieder ab, dann wird die APY möglicherweise wieder hochgehen. Das Unstaking ist natürlich jederzeit möglich und zwar mit einer sieben Tage Anbonding, also mit dieser Unbonding-Period oder Anstaking-Period. Man kommt aber jederzeit raus, indem man zum Beispiel diesen Pool hier benutzt und seine gestakten KSM umwandelt in XTKSM, mit denen man dann wieder zurückkommt auf Kusama. Ja, auch das ist alles steuerlich noch nicht richtig auswertbar. Die Chance, dass das aber irgendwann kommt, ist meiner Meinung nach wesentlich höher als bei den Polkadot- und Kusama-nativen Varianten, weil es ist Ethereum und viele Steuertools können ja schon zum Beispiel Polygon oder Phantom auslesen. Es ist technisch meiner Meinung nach nicht besonders kompliziert, das Ganze anzuwenden auf Moonriver. Irgendwann wird das kommen, Moonbeam, Moonriver. Diese Dinge werden irgendwann auch unterstützt werden, bin ich sehr sicher. Also es ist quasi sofort möglich zu unstaken, habe ich ja gesagt. Es gibt aber eine gewisse Einbuße durch das Slippage, durch Slippage, das entstehen kann, wenn man, wenn jetzt dieser Pool, von dem ich gerade gesprochen habe, bei Solarbeam nicht liquide ist. Der hat zurzeit liquide Mittel von drei bis vier Millionen Dollar. Das heißt also, kleinere Beträge in den Zehntausender-Bereichen sollten halbwegs ohne Slippage machbar sein. Aber wenn es um große Summen geht, Hunderttausende und so, dann wird man hier sehr schnell an die Grenzen stoßen und dann empfiehlt es sich tatsächlich, das Unstaking über die Unbonding-Period zu machen und lieber die sieben Tage zu warten. Hängt natürlich von der Situation ab. So, sieben Tage Unstaking-Period habe ich gemacht und dann, ganz wichtig, das Risiko hier, das ist sehr viel höher als bei allen anderen Varianten, weil man hat auf der einen Seite natürlich sowieso schon mal das Risiko, dass alle anderen auch haben, dass nämlich das mit dem Kusama-Staking irgendwas schief geht. Zweite Sache, Lido Finance kann sein, dass da irgendwas schief geht. Und dann ist man mit dem ganzen Zeug auch noch drin in Solarbeam. Da hängt man dann also auch davon ab, dass da alles gut geht. Super, super riskante Angelegenheit. Viele, viele Angriffspunkte. Es ist alles Technologie, die noch nicht 100 Prozent, also die läuft noch nicht lange, die ist wahrscheinlich noch nicht 100 Prozent safe. Deshalb also die APY, die man hier bekommt, die ist tatsächlich in irgendeiner Form auch verdient durch das höhere Risiko. So, woher kommt die APY? Klar, Kusama-Staking erfolgt von Lido Finance. Wenn Lido Finance missbaut beim Staking, wird man das in irgendeiner Form als Strafe auch mit abbekommen. Staking-Incentives, die bestehen, die kommen dann obendrauf, wenn man in diesen Solarbeam-Pool reingeht, nämlich in Form von Lido-Tokens. Und außerdem gibt es nochmal Staking-Incentives von Solarbeam obendrauf. Mover- und Solar-Tokens, die in irgendeiner Form noch obendrauf gesetzt werden. So, was beeinflusst jetzt die APY? Das ist zum einen natürlich dann, wie gesagt, der Staking-Erfolg von Lido Finance. Außerdem der Pool, über den wir gesprochen haben, der XT-KSM-W-ST-KSM-Pool. Zum einen Total Value Locked, also wie viel ist drin in dem Pool? Wenn viel drin ist, verteilen sich dieselben Rewards auf mehr Staking-Teilnehmer, sodass also die APY runtergeht und gleichzeitig natürlich rauf, wenn das Ganze umgekehrt ist. Außerdem hat man eine Preisabhängigkeit von drei verschiedenen Tokens, nämlich Lido-Token, Mover-Token, Solar-Token und diese alle dann in Kusama umgerechnet. Muss man ja fairerweise machen, weil die anderen, die vor allem das, bei Kraken, das Staking und das, die Teilnahme am Proof-of-Stake-Algorithmus als Nominator, da wird ja Kusama ausgezahlt und nicht irgendein anderer Token. Man muss also quasi die Preise von Lido, Mover und Solar umrechnen in Kusama, um dann einen fairen Vergleich zu haben. Ich persönlich habe mich tatsächlich entschieden, das Ganze über Lido Finance und Solar Beam zu machen. Ganz einfach in den letzten Wochen, die APY war einfach viel zu attraktiv, 70, 80 Prozent teilweise. Es war wirklich in den letzten Wochen konstant bei über 60 Prozent und das hat echt auch Spaß gemacht, da quasi einmal die Woche die Rewards abzuholen. Es ist tatsächlich auch ein bisschen schwierig, weil die Rewards kommen dann in Form von diesen anderen Tokens. Man muss die irgendwie wieder umwandeln in irgendwas anderes. Ich habe dann, weil wir gerade ja auch so schön hohe Preise haben im Bärenmarkt, wir sind ja in dieser Relief Rally, alles umgewandelt in Stablecoins, um dann später wieder Kusama nachzukaufen, wenn der Kurs etwas runtergeht und das Umwandeln in Stablecoins, das ist auch nicht so ganz einfach, denn klar, man kann bei Solar Beam dann USDC kaufen. Nur, was mache ich dann mit den USDC? Die muss ich irgendwie wieder rüberkriegen auf Ethereum oder irgendwie zu Kraken rüber. Also man hat jede Menge Arbeit mit den Bridgen und so. Das ist kompliziert, aber ich persönlich, ich habe auch alle anderen Varianten ausprobiert, deshalb kann ich dieses Video hier auch machen. Ich habe ja auch die Zeit, ich habe auch den Bock, sowas auszuprobieren und deshalb, ich meine, ihr habt mich, ich mache das für euch, ich mache die Videos, ihr könnt dann selber einfach gemütlich euch das anschauen und überlegen, was für euch persönlich das Beste ist. Ich hoffe, das ist mit diesem Video jetzt gelungen und in meinem nächsten Video oder vielleicht in meinem übernächsten Video gehe ich dann mal auf eine dieser Staking-Varianten ein und zwar auf die letzte, die nämlich wirklich am kompliziertesten umzusetzen ist. Da mache ich dann ein richtiges Hands-on-Tutorial, wo es darum geht, Schritt für Schritt, was muss ich machen, um in diesen dicken, fetten Staking-Pool reinzukommen und darauf freue ich mich schon. Das wird bestimmt ein cooles Video, allerdings überlege ich, ob ich nicht vorher nochmal ein kleines Portfolio-Update mache und ein kleines News, kleines Video über die aktuelle Marktlage und so, weil sich das Ganze jetzt irgendwie lohnt. Beim letzten Video hatte ich ja gefragt, ob ihr Lust habt auf solche Videos, auf solche Updates und ich habe da, glaube ich, ein klares Votum erkannt, nämlich, dass ihr das wirklich wollt. Dann mache ich das auch und vielleicht schiebe ich das vor, weil aktuell sich sehr viel entwickelt und da vielleicht ein paar Sachen sind, die jetzt, innerhalb der nächsten Tage wichtig werden und dann würde ich das Staking-Video eben ein bisschen später machen. Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Gute, viel Spaß, Tschüss! Tschüss! humans �